So, willkommen zu einer neuen Folge Pokemon Go und heute haben wir wieder ein wichtiges Thema für euch vorbereitet. Einige werden das kennen, beziehungsweise ganz wenige werden das kennen. Ich habe schon so oft auf Facebook rumgefragt, wer das kennt, ob jemand was dazu weiß. Und die Leute haben immer gedacht, ich bin bescheuert, aber ich bin es nicht, denn der Stefan Landei hat mir jetzt was dazu geschickt. Das war gar nicht der Stefan Landei, es war der Dulli Squad. Der Dulli Squad hat mir was dazu geschickt. Der Stefan, da geht mir nicht mehr aus dem Kopf, ich sag's dir. Habt ihr schon mal was von einem Level Cap gehört? Ne, von einem Notification Cap. Cap? Keine Ahnung. Es geht auf jeden Fall um die Freundschaftsaufstiege am C-Day und die Punkte, die man dafür bekommt oder eben auch nicht bekommt, wenn das sozusagen verbuggt ist. Und das hat einen Grund, wenn ihr einfach zu viele Benachrichtigungen bekommt. Das werden manche Leute jetzt nicht nachvollziehen können, die sagen, bei mir klappt das immer, ich hab da meine fünf Freunde, ich öffne da die Geschenke und dann geh ich zurück. Und dann werden da die drei, äh, die fünf, äh, Freunde und Punkte angezeigt. Klappt wunderbar. Du erzählst doch Bullshit. Aber das ist nicht so. Das Problem ist einfach, wenn ihr zu viele Freunde ansammelt und zu viele am C-Day machen wollt, einmal im Monat. Und ihr habt dann gleich 50 Freunde, die aufsteigen und habt dann am Tag davor vielleicht auch noch, äh, tausend Leuten was geschickt. Nicht nur denen, die aufsteigen, sondern den anderen auch noch was dazu, sodass beim Öffnen der App auch schon dasteht, äh, Hans Wurst und 35 andere haben deine Geschenke geöffnet. Dann sind das schon mal 36 Notifications, also Benachrichtigungen. Und wenn dann da auch noch Aufstiege dabei sind oder auch noch andere Sachen und ihr dann auch reingeht und noch öffnet von anderen, da ist das Spiel irgendwo überfordert. Und wer mir das nicht glaubt, wir haben das ja beim letzten C-Day so gehabt. Ich kann euch nochmal hier den Stream zeigen. Warum ist denn jetzt hier der Top-Chat dabei? Das war hier Freundesaufstiege am Schein dieser Murzel Community Day, ne? Ich hab also die App angemacht, hab gesagt, ich hau mein Glücksei rein. Wir werden jetzt gucken. Wir werden ein paar, äh, Freunde noch annehmen, öffnen, die bis 11.20 Uhr nicht geöffnet haben. Denn 11 Uhr ging's los, ich bin rein. Es sind nach und nach immer mal ein paar Aufstiege reingeflogen. Also die Punkte wurden angezeigt. Der ist aufgestiegen, der ist aufgestiegen. Aber schon beim Reingehen in die Freundschaftsliste ist mir aufgefallen, es sind viel mehr Leute mit diesem blauen Schimmer gewesen, also eine Interaktion, die stattgefunden hat, als angezeigt wurden. Es waren von den besten Freunden, waren vielleicht 20 blau hinterlegt, dass die geöffnet haben. Es haben mir aber vielleicht 10 von diesen nur angezeigt, dass die aufgestiegen sind. Und in dem Moment hab ich auch die Punkte nur bekommen. Jetzt haben 10 Leute geöffnet, die haben die Punkte bekommen, ich aber für diese 10 Leute nicht. Und dann war's noch schlimmer, ich bin in die Liste rein, bin runtergescrollt, habe gesehen, auch auf Hyperfreunde Stufe 3, haben etliche schon aufgemacht, waren blau hinterlegt, der Levelaufstieg war schon da. Die wurden mir aber bis dahin auch noch nicht angezeigt. Ich hab dann selber auch, sagen wir mal, 10 Stück aufgemacht nochmal. Und von diesen 10, als ich zurück bin, wurden mir dann auch nur 2, 3 angezeigt. Und dann war wieder Feierabend und mehr kam auch nicht. Und damit das nicht heißt, ich erzähl hier Quatsch, kann ich euch mal kurz einen Ausschnitt zeigen von dem Video. Wie nette Worte. Oh, hier, so, Lucy, Hammer, 7 Meter Brett, Hammer, Alexandrolino, Cumulus. Hier, die sind auch alle auf? Ich versteh's nicht, Cumulus hat's doch auch nicht angezeigt. Cumulus ist blau, hat mir keine Punkte gegeben. Glumanda Checker, keine Punkte. Die waren, die waren auch. Hier, Pit, Tim, hat's keine Punkte gegeben. Im Endeffekt, morgen öffne ich von denen und dann berechnet's den Levelaufstieg. Das ist, das war beim letzten Mal nämlich dann auch so. Ich hab mich gewundert, der Levelaufstieg war ja schon da. Die sind Stufe 3 und Stufe 3 bis Stufe 4 braucht genau 60 Tage nochmal. Sobald also einer Stufe 3 ist und ihr geht auf diese Freundschaft, steht da 60 Tage bis zum nächsten Aufstieg. Und es war dann wirklich so, nach 0 Uhr, hat dann, nehmen wir mal Pit, Pit mein nächstes Geschenk aufgemacht, so dass wir nur noch 59 Tage gebraucht haben, statt 60 Tage, zu bester Freund. Und plötzlich stand da, Pit und du seid Überfreunde. Und ich hab dann die Punkte bekommen, nach 0 Uhr, bei der nächsten Interaktion, die er gemacht hat. Und dann hab ich ein Glücksei rein, hab nochmal alle durchgeguckt, die angezeigt wurden und die wirklich geöffnet waren. Und hab nach 0 Uhr nochmal beste Freunde geöffnet, die schon Stufe 4 waren. Hab nochmal Überfreunde geöffnet, die schon Stufe 3 waren. Und dann bin ich zurück und nach 0 Uhr hab ich plötzlich die Punkte für all diese Leute bekommen, die am C-Day schon interagiert haben und aufgestiegen sind, die Punkte bekommen haben, aber ich keine Punkte bekommen habe. Ich hoffe, ihr versteht das, ne? Hätte ich das nicht gemacht, wäre nach und nach, immer mal, wenn einer gerade das Geschenk öffnet, hätte ich Punkte bekommen für Hyperfreunde. Und die hätten sich gedacht, also die kriegen ja davon nichts mit, die denken, ach, ich mach heute mal auf, ne? Wir sind ja gestern schon aufgestiegen. Und in dem Moment krieg ich die Punkte, ohne dass ich ein Ei drin hab. Deswegen musste ich ein Ei reinmachen und musste gucken, dass ich alle nochmal öffne, die ich eigentlich schon geöffnet hatte. Immer das, was ich meine. Es ist jetzt schon Stufe 3, es ist jetzt schon voll. So, weiter hier. Leberkass kommt auch noch. Lelkappa. Lel? Hä? Boah. Toll. Da passiert nichts mehr, hä? Oder? Doch. Der eine geht nur nicht, der ist erst heute so dazugekommen. Hier die Leberkass-Pizza. Der wird also morgen... Ich seh, ich hab da oben also noch ein paar aufgemacht. Auch hier Röppis, Streika, das ist ja immer dann alles alphabetisch, wenn die auf dem gleichen Stand sind. Alle aufgemacht noch werden, aber wir können hier weitermachen mit Röppi. Röpsi. Weiß ich nicht. Gut, er ist Level 9. Kann man einen Zwischenstand sehen bei dieser Twitter-Abschnitt. Und dann irgendwann, nachdem ich da diese auch noch aufgemacht habe, die eben nicht Stufe 3 waren und erst durch das Öffnen Stufe 3 geworden sind, muss ich ja, wenn ich zurückgehe in meinen Bildschirm, müssen ja dann die Notifications reinfliegen, dass wir aufgestiegen sind, was bei einigen auch ging, aber bei vielen eben nicht. Selbst wenn ich selber geöffnet habe, ich selber gesehen habe, 3 Punkte sind jetzt voll. Und das glaubt mir keiner. Immer wenn ich irgendwo rumgefragt habe, ging es, vielleicht habt ihr ja noch einen Tag gebraucht bis dahin. Oder vielleicht hat derjenige gar nicht das Geschenk geöffnet. Oder, keine Ahnung, auf jeden Fall war es sehr komisch. Ich bin dann, wie gesagt, irgendwann zurück. Witter, ne? Wenn ihr noch abstimmen wollt, könnt ihr hier sehen, da stehen bei euch nur die Namen. Und die, die aufgemacht haben, die schon als offen angezeigt waren, hat es mir auch nicht angezeigt. Bei mir. Und jetzt habe ich die aufgemacht und die werden da nicht angezeigt. Und dann morgen, wenn die nächste... Ich habe sogar die App nochmal neu gestartet, weil manche gesagt haben, ich starte neu, dann geht das alles. Habe ich gemacht, ich habe auch die App neu gestartet oder so. Ich habe sogar Bier getrunken und trotzdem ging es nicht. Nein, ich habe noch keinen Rauch an, weil ich fange ja noch nichts. Weil wenn ich jetzt was fangen würde, da würde das ja schon für die Aufgaben dazuzählen. Und die Aufgaben will ich... Und ich habe ja auch in dem Moment dann nichts anderes gemacht. Manche sagen, du musst ja das auch erst mal ankommen lassen, wenn du permanent dann Stops drehst oder Pokémon fängst. Dann hat das gar keine Zeit zu erscheinen. Aber ich habe nur ruhig da gesessen und habe gar nichts gemacht. Hä? Jetzt zeigt es mir den Stop plötzlich. Habe ich den gerade gedreht? Der war doch eben noch blau. Und jetzt ist er plötzlich... Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, das Spiel macht sich langsam selbstständig. Wer sitzt denn jetzt hier drin? 1000 Best Friend. Das ist aber nicht unser Chulian, das ist ein anderer Chulian. Und hier bin aktiv, du Gurke. So, da gehe ich nochmal zurück. Jetzt müssten ja gleich die Sachen alle aufgehen. Dragonite 200.000, Best Friend. Yoda, Hüberfreunde, 100.000. Burkhard, Gute Freunde. Sex. Ihr seht schon, das ist diese Reihenfolge. Erst oben die besten Freunde, dann alle Hüberfreunde alphabetisch durch. Aber Yoda mit Y, der ist schon so weit unten. Da hat es also diesen Striker-Pokémon nicht gezählt. Es hat Röpi nicht gezählt. Es hat Überleberkars-Pizza nicht gezählt. Es hat einfach nur den ersten oben genommen, den letzten unten. Und die anderen wurden einfach nicht angezeigt. Und das alles hat auch einen Grund. Das hat mir der Dulli-Squad geschickt. Da haben wir hier nämlich jetzt ein... Warum hast du nicht gleich dieses blöde Ding gezeigt? Warum redest du so viel? Weiß ich auch nicht genau, aber wir haben auf jeden Fall diese Grafik jetzt hier. Und das klingt alles irgendwie logisch. Aber ich frage mich, wieso das nicht bekannt ist. Beziehungsweise davon niemand weiß. Wenn leveling up, sometimes notifications do not show up, when it is expected. Genau. Wenn man also auflevelt, manchmal das, was man erwartet, das kommt nicht. Und dann kommt es, wenn man es gar nicht mehr braucht. So nach dem Motto. Ito Kurs, especially just before you want to level up at a time when a lot of people opened your gift. Das tritt also auf beim Aufleveln, wenn viele Leute deine Sachen geöffnet haben. When opening the game, if you see Babushka and 35 other people have opened your gift, that means you have got 36 notifications between the time you closed your app and the time you logged in. Ich weiß nicht, wer einen Freund in der Liste hat, der Babushka heißt. Aber da steht es auf jeden Fall auch, wenn du dann dein Spiel öffnest. Und da steht Babushka und 35 andere haben dein Geschenk geöffnet. Heißt das, du hast in der Zeit, wo du dein Spiel geschlossen hattest und dich eingeloggt hast, dass 36 Notifications, also Mitteilungen, die sich sozusagen anstapeln und aufgefangen werden. Then you want to level up with your friend and nothing comes up from your screen. Dann willst du aufleveln, aber es wird nichts angezeigt. One of the reasons may be, you are what we call notification capped. Und das kann der Grund sein, dass du ge-notification capped wurdest. Meaning you got too many notifications in a certain period of time. Also, du hast zu viele Benachrichtigungen bekommen in einem bestimmten Zeitraum. So, the player who is capped must wait a certain amount of time before getting notifications back. Dann muss man sozusagen, dann hat man so eine Art Cooldown, man muss halt so warten, dass die Zeit abklingt, bevor man wieder Benachrichtigungen bekommen kann. As of now, we don't know exactly how the Cooldown works. Sie wissen also nicht genau wie und wo und was. Aber auf jeden Fall stehen hier unten auch noch andere Sachen dabei. Man soll als Tipp am besten, wenn man ein Level abmachen will am C-Day, nicht großartig mit dem Kumpel agieren, weil alles, was der Kumpel macht, sind auch Notifications. Man soll nicht in der Go-Baddle League kämpfen, man soll keine PvP, keine Trainerkämpfe, keine Arenenkämpfe. Man soll am besten so gar nichts machen, so gut wie gar nichts machen den Tag vorher, dass es keine Benachrichtigungen geben kann. Und am besten auch, wenn ihr Geschenke verteilt, verteilt die Geschenke nur wirklich an die Leute, die aufsteigen. Denn wenn die öffnen und ihr aufsteigt und die Punkte kriegt, hat das ja einen Zweck. Aber euch bringt es ja nichts, wenn jetzt Babushka öffnet, der noch 40 Tage braucht zum Level ab, der ist dann eine Notification, dass der geöffnet hat, die eine Notification von einem, der aufgestiegen ist, schon wieder blockieren kann. Also entweder müsst ihr wirklich vor dem C-Day, den Tag davor, richtig inaktiv sein, alles sein lassen. Oder ihr macht es wie ich, ne? Ihr guckt euch dann einfach an, welche wurden angezeigt, welche nicht, und öffnet nach 0 Uhr mit einem Glücksei einfach nochmal alle. Aber das ist eigentlich kacke, weil eigentlich hat man ja die Punkte schon bekommen und hat da ein Glücksei an, und eigentlich sollte man die alle mit einmal reinpacken. Oder ihr macht es natürlich so, dass ihr eben nicht nur am C-Day öffnet und nicht so viele ansammelt. Wenn ihr jetzt wirklich mal 10 Leute habt, und es ist eine Raid-Stunde, dann macht halt bei der Raid-Stunde ein Glücksei an und öffnet die 10 Stück bei der Raid-Stunde. Viele machen auch die Raid-Stunde dann mit Glücksei, und dann ist das gar nicht so schlimm. Oder wenn es Spotlight-Stunde ist, macht das mal da. Oder wenn ihr streamt, kündigt an, dass ihr halt am Montag 20 Uhr im Livestream die Geschenke öffnet. Ihr habt den Buddy, ihr könnt mit dem Buddy euch absprechen. Also ihr könnt anderen Signale geben, und das werde ich jetzt auch so machen. Ich glaube, ich werde nicht mehr einen Monat lang sammeln und Leute, die einen Tag nach dem C-Day aufsteigen würden, einen Monat dann hinhalten. Ich werde jetzt wirklich entweder zur Spotlight-Stunde oder zur Raid-Stunde mal öfters ein paar Leute aufleveln, weil die hängen alle dann kurz vor der 3. Es geht einfach nicht weiter. So kann man die wenigstens schon weitermachen, und dann passt das ja. Dass man vielleicht am C-Day auch nur Best-Friends macht oder so. Und ich bitte euch, jedem, der das sieht, es hat bestimmt jetzt eh schon jeder abgeschalten, aber das ist das Wichtigste an dem ganzen Satz. Jeder, der das sieht, schreibt was an euren Buddy dran. Wenn ihr wirklich am C-Day euren Level-Up machen wollt, dann schreibt an den Buddy halt C-Day Level-Up oder schreibt ein Datum hin Level-Up 18er, 6er, keine Ahnung. Wenn an dem Buddy nichts dran steht, dann nehme ich mir das Recht raus, den zu öffnen, also das Geschenk zu öffnen, weil viele öffnen ja auch einfach und warten gar nicht drauf, weil die von dem Community-Eck gar nichts wissen. Für mich gibt es auf jeden Fall jetzt kein Community-Eck mehr, da sich das nicht lohnt, wenn man zu viele Freunde ansammelt und da mitnimmt. Es gibt immer nur Probleme. Jeder von euch bekommt sein Zeug, ich nicht. Deswegen werde ich vorher einfach ab und zu mal ein paar öffnen. Aber ich werde das auf jeden Fall an meinen Buddy dranschreiben, ob ich das nun zur Spotlight-Stunde mache oder zur Rage-Stunde. Und wer nichts an seinem Buddy stehen hat, der wird einfach geöffnet. Wer wirklich da was dran stehen hat mit C-Day Level-Up oder irgendwas oder Rage-Stunde Level-Up, dann werde ich darauf auch achten. Und die Leute, die ich wirklich kenne und weiß, wer die sind, mit denen kann ich mich auch natürlich absprechen für beste Freunde. Aber ich habe so viele Anfragen und Freunde da drin, wo ich keine Ahnung habe, wer die sind. Die kann ich nicht erreichen. Deswegen die Leute, die ich nicht erreiche, kommuniziert über euren Buddy bitte. Und dann haben wir auf jeden Fall die Probleme nicht mehr, denke ich mal. Ich habe auf jeden Fall noch nie was davon gehört. Ich weiß aber, dass ich schon mehrmals die Probleme hatte. Ich habe von anderen dann gehört, dass die auch die hatten, obwohl die Hater immer gesagt haben, das ist Quatsch, du laberst nur Mist, sowas gibt es gar nicht, weil die haben halt mit ihren 5 Freundschaftsaufstiegen die Probleme nicht. Aber wenn man natürlich mehr sammelt, dann deswegen am besten nicht mehr so. Oder was wäre denn eure Lösung? Was sagt ihr denn? Zwischendurch mal Level-Ups machen oder nur noch an die schicken, vorm C-Day, die aufsteigen oder normal machen wie immer und abends nochmal öffnen. Ich weiß nicht, was die beste Lösung ist, aber ich fände es am besten, zwischendurch auch mal aufzuleveln. Dann hat man eben nicht so viel auf einmal. Wenn ihr das Problem kennt, schreibt es mal in die Kommentare. Wenn ihr schon mal damit zu tun hattet, wenn euch das auch schon mal passiert ist, schreibt es mal in die Kommentare und verbreitet die Message. Nicht unbedingt das Video, weil das geht wahrscheinlich viel zu lang und viel zu viel geredet, aber informiert mal andere drüber, dass es das gibt, dieses Notification-Capt und weist mal darauf hin. Bei Sabrina habe ich auch letztens gehört, hat auch was nicht geklappt mit einem Aufstieg bei ihr und sie hat sich da geärgert. Jetzt wissen wir auch, warum. Das kann wirklich an sowas liegen und Sabrina hat ja sicherlich auch viele Freunde und viele Level-Aufstiege und da geht sicherlich auch mal was unter. Also, seid lieb, teilt das mit euren Freunden, die Information, egal auf welchem Weg, selbst wenn ihr denen das nur erzählt, sagt denen das, damit die Bescheid wissen und dann dürfte das kein Problem mehr sein. Und schreibt mal rein, wie wir die Level-Ups nun machen wollen. Das ist auf jeden Fall interessant. Dann richte ich mich ein bisschen danach und kommuniziert über euren Bati. Also über euren Körper, Brudi. Verstehst du? Das war es aber jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Ramses.